Hol dir das Abo bei deinem TV-Anbieter. In einer langen Zeit, nach praktisch zehn Dritteln, mal wieder geknackt vom Käpt'n der Genfer Noah Roth. Smirnavs bringt die Scheibe vor das Tor, Mili hat sie noch abgelenkt und dann Roth, der am schnellsten reagieren kann. Hier Backhand und auch mit etwas Glück oder Pech aus der Sicht von Tobia Stefan, je nachdem wie man es anschaut. Jetzt Barber mit Bertschi, Jäger, Busser, Tor, Ausgleich, eins zu eins. Und das in der 28. Spielminute. Das war quasi die zweite oder dritte Chance für Lausanne in diesem zweiten Drittel. Christoph Bertschi lässt sich da feiern. Seine Scheibe hier zuerst noch abgelenkt, Winick bringt sie nicht weg, dann kommt Jäger. Vonson steht da auch noch vor dem Tor, aber es ist Bertschi, der abschließen kann hier. Und Bertschi, also hier, der in den letzten 20 einsetzt. Er hat seine Richter, Tor! 2-2. Und dieser Treffer, den feiert er ausgiebig. Denn das war ein Strich hier. In der 36. Spielminute. Auch heute also punktet er wieder. Zeneri Schütz. Aus dem Handgelenk. Unter die Decke gezimmert. Und Norroth auch hier mit großem Anteil. Er nimmt da, Tobias Stephan, die Sicht. Ken Jäger. Konzer zum Abschluss und er trifft zum Ausgleich. 2-2. Genau acht Minuten vor Ende des dritten Drittels haben wir wieder ein ausgeglichenes Derby. 1-6. Ken Jäger. Mit Tor Nummer 7, aber was für einen wichtigen und den lässt man da gewähren und er trifft dann auch herrlich. In die Ecke. 2-3. 2-3. 1-3. Und jetzt Henrik Thömerness, auch einer der Spezialisten in dieser Disziplin. Der Topscorer der Genfer hier. Thömerness und da ist er wieder. Trickkiste mal wieder aufgemacht. Immer wieder mal. Der Ex-Lausanne stürmert er eben auch schon. Weil es den 2 Siegen im Penaltyschiessen getroffen hat. Seiler Moy mit der Chance hier alles klar zu machen. 2-2. Und er trifft Tor. Die Entscheidung. 2 Punkte für Gerserbet. 3-2. Keine Chance mehr noch zu reagieren jetzt für Lausanne. Tobias Stephan ist zweimal bezwungen worden. Und? 1 Und? 3 4